herzlich willkommen meine damen und herren ich habe diese woche einen kommentar gefunden der weniger vorteilhaft war ich lese ihn mal kurz vor gärtner du elendes verlogenes drecks nazi schwein dich sollte man niederknüppeln und den ratten im straßengraben zum fraß vorwerfen bisher war ich immer der mörder gewesen jetzt endlich also als tierfutter in der gosse ich habe den kommentar gemeldet bei youtube um einfach mal zu sehen wie die damit umgehen und war nach etwa 90 minuten verschwunden also das ist ja mal was positives im übrigen bin ich sehr froh und zufrieden über die ganz ganz überwiegend sachliche diskussion hier in dem kanal dann kommen wir mal zu den ersten drei meldungen die ich für sie rausgesucht habe und dann denken sie nach der dritten mal ganz kurz was sie dafür eine schlussfolgerung ziehen frankreich will ausnahmezustand um zwei monate verlängern das ist die erste die zweite in italien steigen die toten zahlen wieder stark und die dritte die stammt aus der daily mail in großbritannien die party ist vorbei die sozialen kontakte so ist das hier gemeint die könnten limitiert werden auf nur zehn mitglieder der familie und freunde bis zum jahr 2021 da ist doch eigentlich ganz klar was da läuft die medien und natürlich die politik daher kommt das ja die stellen sich auf eine ganz lange corona phase ein weil sie das brauchen um punkte zu sammeln um ihre machtbefugnisse auszudehnen und endlich mal so zu herrschen wie sie es schon immer wollten wenn wenn die medien schauen ich habe bei google mal eingegeben zweiter lockdown dann sehen sie alleine hier die ersten vier von tausenden von links waren dass die dann kamen rtl zweiter lockdown ntv zweiter lockdown merkur.de zweiter lockdown sabbrücker zeitung tobias hans zu coronas maßnahmen ein zweiter lockdown und so weiter und so fort und dann sehen wir auch noch dass herr seehofer spekuliert oder redet zumindest über eine mögliche fünfte amtszeit von frau merkel und er hat sie über den grünen klee gelobt angela merkel für deutschland gerade sehr stark durch die krise wird er da zitiert und dann sagt er auch noch wir können froh sein dass wir in dieser situation eine solche kanzlerin an der spitze unseres landes haben ich habe mir noch mal rausgesucht was er vor zwei jahren auf dem höhepunkt dieses streits zwischen seehofer und merkel gesagt hat da sagte er ich kann mit der frau nicht mehr arbeiten und jetzt lobt er sie so über den grünen klee und es ist ja auch so durchsichtig die einzige chance und möglichkeit für hrn seehofer sein politisches leben noch mal zu verlängern ist ein verbleib in einer bestehenden regierung unter frau merkel genau deswegen sagt er das wie sieht die realität im land aus ganz anders wie wir anderen schlagzeilen entnehmen hier zum beispiel von der bildwirtschaft geht auf merkel los die haben nämlich jetzt die faxen dick nach so vielen wochen lockdown und den vielen vielen insolvenzen und unternehmenspleiten die drohen wir sind schon bei zehn millionen kurzarbeitern und viele von denen werden sich übersetzen in schlimme persönliche schicksale nämlich arbeitslosigkeit wer hört noch auf merkel tausende auf den straßen brandbrief an merkel länder preschen vor in deutschland rumort ist das haben wir übrigens vor einer woche hier schon im video thematisiert die anderen laufen wieder mal hinterher pi news stuttgart freiheitsvirus ausgebrochen 5000 gegen shutdown die leute beginnen auf die straßen zu gehen und die arbeitslosigkeit hat noch nicht mal richtig stark zugenommen das werden wir alles in den kommenden monaten sehen und dann haben wir noch diese schlagzeile klagewelle überrollt deutschland entscheiden jetzt gerichte wie es weitergeht die frage klingt zunächst ein bisschen übertrieben aber ich habe einen bericht rausgesucht zum beispiel aus dem mannheimer morgen vom 29 april und da schreiben die allein beim verwaltungsgerichtshof baden württemberg sind bisher 27 eilanträge und 22 normenkontrollverfahren eingegangen schwerpunktmäßig klagen verkaufsstellen und dienstleistungsbetriebe gegen die schließungen erläutert der verwaltungsgerichtshof sprecher so das macht doch ganz deutlich neben den bürgern die jetzt durch die einschränkung ihrer grundrechte und das lange einschließen in ihren häusern die ganze sache langsam satt haben gehen jetzt auch die unternehmen auf die barrikaden und dann erfahren wir zum beispiel so etwas und das kommt nicht von irgendeiner dubiosen seite sondern von der finanznachrichtenagentur reuters merkel und spahn nannten falsche infektionszahlen da wird hier gemeldet dass die bundesregierung rund um den bund länder gipfel am vergangenen donnerstag also donnerstag dieser woche falsche infektionszahlen genannt hat da wurde mit 40.000 infizierten gearbeitet und eine sprecherin des bundes gesundheitsministeriums musste jetzt am wochenende einräumen so berichte des reuters in diesem bericht hier dass das robert koch institut am donnerstag nur von 29.000 geredet hatte da ist also um mindestens ein drittel nach oben übertrieben oder sagen wir ruhig falsch dargestellt worden so dann lesen wir auch nachrichten wie diese bei steuern und abgaben ist deutschland jetzt sogar globaler spitzenreiter tja das ist eine meldung der oe cd oder eine zahl der oe cd und da haben wir jetzt endlich auch belgien überholt endlich in anführungszeichen und sind da einsamer spitzenreiter auf der welt was das geld aus der tasche ziehen bei den letzten bürgern angeht die noch arbeiten und steuern zahlen dann haben wir von heise ein bericht diese woche gehabt deutsche contact tracing app also die kontaktverfolgung über das handy kein vertrag kein gesetz keine kostenschätzung da gibt es einen insider bericht aus einer sondersitzung des digitalausschusses des bundestages da hat jemand geplaudert und gesagt dass die praktisch bei nichts wirklich vorangekommen sind dann haben wir bei you watch sozialistische planspiele berlin plant enteignung von ufer grundstücken da geht es also weiter nach mieten deckel und nach der ganzen enteignungs diskussion dann ein interview mit reiner ziedelmann das ist einer der reich geworden ist als immobilieninvestor und der sagt jetzt eigentümer werden faktisch enteignet die eigentümer haben nur noch den formalen rechtstitel ist das nicht eine starke nachricht wenn wir unser leben lang gearbeitet steuern gezahlt haben und uns viel abgeknüpft worden ist und dann doch noch genug übrig blieb um uns eine wohnung oder ein haus zu kaufen ein kleines reineckhaus oder sowas oder auch mittendrin und dann kommen solche nachrichten tja und dann sind wir wieder am ausgangspunkt dieses videos ich versuche möglichst viel von dieser miserablen politik aufzudecken sind ja oft nicht breaking news es geht oft um bekannte themen aber ich versuche eben die punkte zu verbinden und das bild hinter dem geschehen zu malen ja und dann kommen solche beleidigungen aber wie gesagt ganz überwiegend geht es hier im kanal sehr gesittet zu und darüber freue ich mich und nächste woche bin ich ziemlich viel unterwegs das nur schon als ankündigung es werden ein zwei videos weniger kommen es werden mindestens sechs oder sieben größere interviews aufgezeichnet alles für sie in diesem kanal